Hier ist irgendjemand bei mir, ich hab gehen Essen gehört Der Hostie Hmmm, ich tönt ihn! Wo ist er? Hier 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 am Astronaut HihiiFamHaiFamHaiFamHaiFamHaiFpm Lasz meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge KRAFTATCH Und heute ist mal wieder mit dabei die Kliin Hallöchen ihr mal Und diese bescheuerte rollende Idee, immer diese, sagt Fromage. Früher war alles besser. Okay, also für alle Leute, die jetzt nicht gerade wissen, was das für eine komische Sprache war, das war alt. Und alt spricht man auch in altes Live-Epic. Oh ja, und der war so schlecht, ne? Ja. Für alle Leute, die noch irgendwas sehen wollen, was einfach nur ultra lustig ist, guckt auf jeden Fall Epic auf dem Kanal von Klim, Earlyboy oder halt bei mir oder bei Louis. Wir haben einfach so geile Aktionen hergerissen. Oh ja. Sehr, sehr wertvoll. Es war, ich sag mal so, es war ein bisschen sehr lustig. Es war ein bisschen sehr lustig, ja. Aber nur ein bisschen sehr lustig. Nicht viel. Genau. So. Ja, also ich wollte ein bisschen in meinem Garten weiter, ach, in meinem Keller weiterbauen. Wie sieht's denn bei euch aus? Was geht bei euch so stisselmisselmäßig? Ich versuche mir eine Treppe zu bauen, damit ich endlich mal ein zweites Stockwerk habe. Die Treppe, die will nicht so wie ich. Ich baue hier gerade ein Lager aus Systemen. Also ich baue gerade den Eingang zum Lager. Bei mir hat gerade ein Endermann gepupst. Ja, bei mir auch. Ey, sag mal, hat von euch einer so richtig dunkles Holz oder habe ich selber noch was davon? Ich habe da habe ich noch, habe ich noch. Du, ich brauche Redstone. Du, 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 ganz du. So, habe ich hier bestimmt noch irgendwo liegen. Redstone haben wir übelst viel, Alter. Ja, ich habe auch mega viel. Ich habe gefarmt. Oh, das kann ich gleich nochmal zeigen. Ich habe gefarmt wie Sau, wie so ein Behinderte habe ich gefarmt. Ah, ich habe gar keine Musik an. Ich habe gar keine Musik an. Boah, schlechtester YouTuber bist du einfach. Ja, mein Skype läuft noch. Auch nicht beschäftigt. Oh Mann, die Treppe ist scheiße. Rass du dich direkt so aus, ey. Rass du dich direkt so aus. Ich hoffe, dass man, dass jetzt, ich muss immer meine Musik immer anmachen. Also über die Lautstärke. War das jetzt der Block? Ja, das war der Block. Das heißt, wenn ich da, so. Ich muss mal ganz, ganz überlegen, ja, wenn ich da jetzt auf den Knopf drücken sollte, dann, ja, perfekt. Gut, dann müsste ich nur noch... Äh, äh. Ich glaube, ich mache das so. Die haben wir hier eine komplette Dingens, zwei Block tiefe Dingens rein. Das ganze Blöcke auch, egal, YOLO. Aber warum sind Skelette in meinem Haus? So, lass, ey, wir müssen uns echt mal, wir müssen uns echt mal irgendwie Gedanken machen, dass wir die Stadt besser ausleuchten, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, da bin ich auch hier. Äh, nicht die Stadt bei dir, Euliboy. Ich habe ruhig gefragt, wann ihr das bemerkt, weil keiner was sagt. Deine Stadt interessiert uns nicht. Halt den Schnauzen. Ja, aber Euliboy, ich muss jetzt ganz ehrlich mal sagen, was findest du an deiner, also an der alten Stadt noch geil? Dass hier andere Menschen wohnen. Das ist, äh, das ist eine gute Aussage. Ach, scheiße, hier geht das gar nicht. Mein Haus ist scheiße. Ich weiß nicht, wie ich hier eine Treppe baue. Ah, ich finde die ganze Stadt scheiße. Also ich mag die Leute, die da sind, aber es ist einfach nur Eskalation da in dieser Stadt. Ich weiß nicht, wie ich diese Wendeltreppe bauen soll. Sie ist ranzig. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich erstmal ein paar Repeater noch habe. Ich habe auf jeden Fall unten auf jeden Fall... Was willst du denn überhaupt machen? Ja, ich zeige das doch gerade den Leuten. Hier unten ist mein Lagerraum und ich will jetzt hier quasi so eine... Ja, nicht, das ist ja nicht wirklich geheim, aber das soll so ein bisschen versteckt sein auf jeden Fall. Deswegen muss ich gerade hier gucken, mit dem Redstone, wo ich den hier platziere. Dafür brauche ich noch einen Repeater auf jeden Fall. So. Ich kann dir das gleich auch mal zeigen, wenn du willst, Zander. Ich will das nicht. Naja, ist okay. Ich biete dir quasi alles an, was sich Leute erträumen könnten, weißt du. Ja. Ja. Nee, das ab. Und er... Ja, ist echt so ansozial, ne? Ja, aber ich bin hier gerade so an meinem Keller anbauen. Ich bin an meinem Keller anbauen hier. Und du baust einen Bus, baust du, Alter. Komm, zack. Rüst bauen. Brauche ich nicht. So, hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen zu machen. Hier so, zack. So. Dann kommt hier nämlich auch noch mal... So, meine Damen und Herren. So, also ich muss jetzt sagen, mein Keller zu bauen ist echt beschissen. Weil, einfach, dass mich total ankurzt, dass diese behinderten Blöcke, ähm, diese Half Slaps, dass ich keinen Half Slap von Stein nehmen kann und darunter einen Half Slap von Holz setzen kann oder so. Das ist so kacke, dass es nicht geht. So. Weiter, wie ich das mache. YOLO. YOLO! Ich muss auf jeden Fall gucken, wie ich das hier mache, Alter. Ich hätte es auch leichter machen können, aber ich fand es so witziger. Witzig, brittig. Hätte jetzt mein Haus angefangen zu brennen, wäre ich ausgerastet. So, wie ich jetzt gerade habe, das geht, aber das geht nicht, Alter. Alter! Ja, was denn? Guck mal das Dach vom Kunga. Achso, ja, das habe ich schon gesehen. Ist der behindert? Der hat auf jeden Fall ganz viel Weed, also. Junge, rastet der aus, ey. Ja, Kunga rastet der generell ab und zu mal ein bisschen aus, ne? Aber der hat mein ganzes Weed genommen. Nett von dem. Ja, aber ist egal, das kann der auch nehmen. Oh, das kann kommen, ja. Ich habe da hinten auch angefangen, so eine kleine Mob-Farm zu bauen. Hier habe ich sogar off-screen noch ein bisschen weiter gebaut, als du sie kennst. Als du sie kennst? Was? Hä, was? Als du die kennst. Als, hä? Du. Was? Du kennst, ich habe dir doch gezeigt, was ich da gebaut habe. Was kennst? Die Mob-Farm. Welche? Du bist unfähig. Ja. Ich weiß sogar, wovon er redet. Oh, junge Zander. Was? Was für eine Mob-Farm denn? Ich habe gerade gesagt, dass ich angefangen habe, eine Mob-Farm zu bauen und du kennst die. Was? Die Mob. Mein Gott, Alter, wie lange es gedauert hat, dass du verstehst und ich dich verarsche. Das verstehe ich immer noch nicht. Hör auf damit. Hör auf damit. Hier ist irgendjemand bei mir noch nicht. Ich habe wegen Essen gehört. Polizist ist das. Ich töte ihn. Wo ist er? Hier, hier, hier. Arbeif, arbeif. Arbeif. Nein. Alter. Ja, der ist sowieso so ein bisschen. Boah. Alter. Der wollte mein Haus in die Luft sprengen. Warum macht der so eine Scheiße? Alter. Weil das Lukas ist und der ganze Zeit hinterher hat. Lustig. Ich habe gerade, ich habe gerade, ich habe gerade die ganze Zeit Grafikfehler. Tut mir leid, wenn ihr diese Grafifinger hier seht. Ich kann gerade nichts gegen tun. Meine Grafik hat einfach... Grafikfinger. Grafikfinger. Ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall Diarrüstung, Alter. Geil, Alter. Meine. Alles mal. Irgendwie. Alter, der wollte mein Haus in die Luft sprengen. Ich glaube, es geht los. Wie asozial er ist. Mann! Warum macht er sowas? Hätte er nicht gegessen, der hätte er nicht gefuttert, dann hätte ich es gar nicht gemerkt. Ja. Der... Alter, seht ihr diese Kassen Grafikfehler da hinten? Das habe ich ab und zu Minecraft. Theoretisch müsste jetzt immer Minecraft-Neustart mit, die wieder weg sind. Ich muss gucken, dass es hier funktioniert. Ich mache mir hier nochmal einen Knopf und packe es nochmal da hin. So, es war... Hier baue ich irgendwas Special-mäßiges rein, aber was, weiß ich noch nicht. Das kläre ich am besten so... ...dann auch. Ich muss hier auf jeden Fall mal ein bisschen Platz machen. So, wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke... ...der muss länger ausgeschaltet sein, einfach. Der muss viel länger ausgeschaltet sein. Den mache ich einfach... ...kann ich nicht hier? Doch, kann ich. Hauptsache, er weiß ja gar nicht, was FNC ist. Umso besser. Alter, wie der fast mein Scheißhaus in die Luft gesprengt hat, ne? Vor allem meinen schönen Eingang. So, wenn ich jetzt da drauf drücke, dann sollte ich... Ah ja, ich habe hier ein Ding hinzugemacht, dann mache ich da mal wieder Erde hin kurz. So, und jetzt drücke ich da drauf. Und dann kann ich hier locker durch. Du musst nur in die Tür, Alter, die ich jetzt gerade eingesammelt habe. Dann drücke ich hier drauf. Und komme auch hier durch. Perfekt. Ich bin echt ein bisschen behindert heute hier, ey. Ich versuche, das hier richtig schön zu bauen. Wo baust du denn gerade? Dann komme ich gleich mal vorbei. Kannst mal gucken kommen, wenn du möchtest. Oh, danke. Das liebt sich. Ich darf. So, ich zeige euch jetzt auch gleich, was da unten ist. Das wollt ihr bestimmt alle schon sehen. So, einmal weg hiermit und dann drücke ich hier drauf. Keiner kann es mehr erwarten. Genau. Oh mein Gott, die sitzen wahrscheinlich, also die ganzen Zuschauer sitzen jetzt vor dem Beziehung und sagen, oh, ich will jetzt unbedingt wissen, was da unten ist. Ich will jetzt unbedingt wissen, was da unten ist. Vor allen Dingen hat er sich schon zweimal gesehen. Ach, halt doch dein Maul, Zander. Ja, okay. Es tut mir echt leid. Heute bin ich ein bisschen ausgeteilt. Ja, so. Hier kann man dann... Ja, es war auch gerade eine echt spannende Aufnahme, die wir hier hatten. Ja, nämlich gerade noch ältes Live aufgenommen. Ja, ohne Scheiß. Deswegen haben wir gerade am Anfang des Videos auch gesagt, dass Epic einfach so geil ist, weil einfach die Folgen, die jetzt kommen werden von Epic, die sind einfach so Hammer. Ohne Scheiß. Wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer. Einzigartig unglaublich. Nee, gerade schießt, muss ich wegmachen. Die sind... Nein, bei mir kommt das dann in einer Stunde, die erste Folge. Du bist jetzt schon weiß. Ja, weil Crafted, der kommt immer um 15 Uhr und um 16 Uhr kommt dann dienstags, donnerstags und Samstag kommt jetzt mal Heltes Live. Geiler Typ. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall cooler als dieser komische Zander oder wie er heißt. So, ich habe jetzt erstmal neue Rüstungsteile gebaut, Alter. Nice, Alter. So, was kommt hier hin? Oh, nice, Alter, sagt er. Oh, geil, Alter. Er hat sich neue Rüstungsteile gebaut. Geiler Typ. Geiler Typ. Ja, ich hätte auch gerne neue Rüstungsteile. Gib mir die. Nein. Warum? Nein, mache ich es nicht. War doch eine ganz normale Frage und du sagst Deck 9. Oh, Mann, ey. Ich habe schon wieder was vergessen. Verdammt. Ich muss mal ganz kurz zurück und dann hier eben wieder Holz besorgen, weil ich einfach so ein Trottel bin heute. Oh, ich habe voll viel Eisen noch, Loi. Ja, einsortieren mache ich später irgendwann. Das muss man ja nicht ohne Kamera machen quasi. Na, wo habe ich mir ins Donnergut? Ich muss jetzt erstmal eine Workbench-Schaule in den Keller rein. Das ist eine gute Idee. Die packe ich mir jetzt auch hier rein. Ach, habe ich schon. So, auf jeden Fall. Los geht. Ey, warum kann ich denn hier keine... Ach so, scheiße. Das heißt, ich kann das hier so machen, aber dann... Ja, dann mache ich das hier hinten weg. Ja, geil. Dann kann ich das nämlich hier so machen. Dann pack da die Workbench-Hände. Ich rede jetzt auch noch beinfach so dazwischen. So, hier rein. So, dann wollen wir eine Tür. Es ist so witzig. Wir nehmen zusammen eine Folge auf, aber jeder macht seinen eigenen Giz. Ja, das ist irgendwie ein bisschen der, was ich... Das ist richtig lustig. So, dann packe ich das hier hin. Und dann sieht das so schön aus und alles gut. Könnte auch da einen Knopf hinmachen rein theoretisch. Ne, der ist auf jeden Fall besser zu erreichen, als der hier. Ich dachte, war da hinter das Wettstum? Nein. So. Ich mache jetzt gerade seinen Scheiß von der Brücke. Da wir hinterher springen. Wo ist der Knopf? Ah ja. Scheiße, ist auf der Treppe gelandet. Oh! Also, bei mir der Kellerraum sieht auf jeden Fall schon richtig geil aus. Bei mir. Ich gucke mir den jetzt auf jeden Fall an. Ja, muss mal vorbeikommen. Also, der nimmt jetzt gerade erst mal so Grundzüge an. Also, von daher erwarte ich jetzt nicht zu viel, ne? Immer wenn ich hier rausgehe, nehme ich jetzt Schaden, so. Verlassen Sie das, die Lände. Ach ja, ich muss noch was zeigen. Ich habe hier jetzt eine geile Spitzsacke drin. Ne? Immer ganz kurz so. Kannst du eventuell Fackeln mitbringen? Ah, ne, ist schon gut. Alter, diese Grafikwax, ne? Ich habe auch mehr als genug Fackeln. Ah ja, jetzt hier soll ich vielleicht zumachen wieder. Jetzt brauche ich die Erde. Okay, YOLO, jetzt stirbt er. Jetzt stirbt er. Er hat sich ausgelockt. Genau hier. Ich brauche jetzt so ein tiefes Loch. Wenn der sich jetzt wieder einloggt, ne? Pudel. Äh, Fackeln wollte ich bauen. So, und hier baue ich mal so. Perfekt. So, und jetzt kann ich ja mal ganz kurz zu dir kommen und gucken, was du da gemacht hast. Ja, ich brauche auch wie gesagt mal Kelle aus. Boah, die Jüderfarm, die geht ja übertrieben ab, oder? Ja, die ist schon geil. Ich habe auch ein paar Sachen noch da rausge-rebbelt. So, das ist jetzt bei allen so ein bisschen so eine chillige Folge, weil wir arbeiten jetzt auch gar nicht zusammen. Ist ja eigentlich sinnlos, dass wir zusammen jetzt eine Folge aufnehmen. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so schlimm. Oh, hi. Oh, was ist das denn für ein Block, Alter? Was? Was ist das hier für ein Block? Das ist, äh, die sind Haftslips, sind das. So geil aus mit meinem Dextrapeck, wenn die Sitz übereinander gestapelt sind. Das muss ich auch benutzen, Alter. Ja, komm mal, dann zeige ich dir eben, was ich hier gebaut habe. Warte kurz, ich habe jetzt eigentlich soweit meinen Raum fertig, ne? Also, so, ja. Ne, hier noch das, warte. Das kommt noch weg. So, jetzt war ich das hier noch fertig und dann habe ich soweit die Grundzüge von dem Raum erstmal fertig, weil der Raum hier, hast du ja gesehen? Dieser eine Raum, den ich da so abgespätter, genau, da muss ich mir noch irgendwas für einfallen lassen. Da kommt, denke ich, mal so ein Special-Raum rein, wo noch so ein paar geile Sachen reinkommen. Das kann ja die Verbindung werden zu unserem unterirdischen. Jo, das ist eine gute Idee. Ja. Das ist eine richtig gute Idee. Und dann hat man hier ein Haus, in einem Haus quasi. Jo, das ist eine richtig geile Idee. Perfekt, ich kann wieder nach oben. Ja, hatte ich eine gute Idee, ne? High five. Guck mal, ich, äh, pass auf. So, ja, was denn? Ich bin jetzt am überlegen, soll ich die Wand hier einfach so aus Cobblestone, aus Cleanstone machen? Warte, ohne Witz, verzeiht mir bitte diese Grafik wachsen. Ja, kannst du machen. Ich hab hier erst gefixt, sobald ich das Spiel neu starte. Geht free, ich habe aber keine mehr, müssen wir da hochgehen jetzt. Ja. Oder ich setze da Glas ein. Ja, aber. So, dann zeigen wir mal, was du gemacht hast und wie viele Minuten nehmen wir schon auf? Äh, 14 jetzt. 14, ja. Ja, dann passt das ja. Dann gucken wir jetzt nochmal ganz kurz, was du gemacht hast. Ja, dann müssen wir mal einmal in meinen Haus gehen. Geil. Geil, richtig geil. Boah, die Hühnerfarm, Alter. Fuck, das Wahnsinn, was da fliegt jetzt in Gang, oder? Ja, das kann ich immer wegmachen, Alter. Tschüss. Weißt du nicht, ob ich mein Bachs, ob mein... Ja, ist okay. Warte, wie soll ich das eigentlich machen? Soll ich den Gang hier mit dem dunklen Holz in der Mitte das hellen Holz lassen, oder so? Ich beides aus dunklem Holz machen, oder beides das hellen? Ich finde es eigentlich ganz gut so. Geh gut. Dann komm mal rein. Kleines Haus, ne? Ja, stell dich hin und drück den auf den Knopf hier. Dann geht hier ein Ding jetzt auf. Kann immer nur einer durch, das ist das Problem. Hm, wie meint das jetzt am besten? Achso, du hast das versteckt. Ja, jetzt hab ich hier ein kleines Lager. Dann wird das nicht. Alter, das ist aber echt klein, das Lager. Wofür ist der Knopf? Geht wieder auf. Lol, aber wie kommt das? Schaffst du deinem Leben nicht? Doch, doch, schafft man. Jo. Man nimmt halt vielleicht ein, zwei Schaden, aber... Das ist ja nicht schlimm. Ja, geil, geil. Ja, schön. Ja, für dich auch. Schönes Haus. Schönes Haus. Okay. So, gut, dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, dir passt das auch, Early. Ja, mir passt das perfekt. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen kleinen Cut. Wir haben heute ein bisschen Chilliger aufgenommen. Ihr könnt ja mal einfach in die Kommentare schreiben, was ihr noch so für Vorschläge... Also bei uns auf jeden Fall. Was ihr noch so für Vorschläge habt. Creeper hinter dir, Klim, 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 Klim. Creeper, 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 Creeper. Jo, was geht hier ab? Ich war auch... Ich habe ein Sumpfbiom gefunden. Ich habe... Nein! Ja, sehr geil. Ich habe so viel noch gefunden. Das muss ich eigentlich alles zeigen noch eben. Oh, ich habe... Oh, Alter. Ja, ich gehe mal eben zu meinen Enderchest. Das können wir in der nächsten Folge zeigen, oder? Ich zeige das mit der Enderchest jetzt noch kurz. Ja, okay. Dann zeig das mit deinem. So, fertig, so. Okay. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss.